Hallo YouTube! Ein kurzes Update von Apple heute mal mit einem anderen Thema. Nicht über das iPhone, sondern über die Macs. Das MacBook Pro hat heute ein stilles Update bekommen und zwar wurden alle Modelle verbessert. Die Prozessoren haben höhere Taktraten bekommen, das 13 Zoll Modell sowie die anderen auch. Die Taktraten sind minimal angestiegen, außerdem wurden die Festplatten vergrößert zum Teil und bei den 15 Zoll Modellen bzw. 17 Zoll Modellen wurden andere AMD Grafikkarten verbaut. Die Geräte sind ab sofort lieferbar, wie man sieht, und sonst hat Apple bis jetzt nichts weiter verändert. Alles weitere findet ihr auf der Apple-Seite. Ich danke fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst und wenn ihr meinen Channel abonniert. und wenn ihr in der Seite abonniert seid, dann aber das prioritize. Vielen Dank.